Ich grüße dich, junger Mann. Für dich hat die Mami jetzt auch noch ein Zaubervideo bestellt für dich. Du musst nicht alles verstehen, was hier passiert. Sei einfach offen, wieder den Energien gegenüber, dass du dich wohler fühlst, damit dir die Schule leichter fällt, damit du besser denken kannst, umsetzen kannst, was der Lehrer von dir möchte. Und du dich mit dir alleine viel wohler fühlst und du geschützter bist vor irgendwelchen Energien oder Dingen, die da versuchen, in dein Feld oder in dein Leben zu kommen, sodass du dich da einfach mit wohler fühlst, junger Mann. Also ich reinige jetzt erstmal ganz viel komische Energien aus deinem Feld raus, dass du besser atmen kannst, dass du gerader stehen kannst und es dir leichter ist, weiter in diese Welt hinein zu wachsen. Du gehörst hierher. Du bist ganz doll wichtig. Stell dir mal vor, dein Lieblingsessen ohne deine Lieblingszutat. Wie würden dir das schmecken? Und du bist für diese Welt diese besondere Lieblingszutat, damit der Eintopfwelt, in der du jetzt hier drinne bist, bei deinen Eltern, bei deinen Geschwistern, so richtig, richtig doll lecker ist. Halleluja. Halleluja. Halleluja, junger Mann. Halleluja. Gibt nicht viel zu erzählen. Sei einfach nur da oder hörst dir an und male nebenher oder rechne nebenher. Die Energien, die da fließen, fließen trotzdem zu dir. Und alle vom lieben Gott. Halleluja. Ich mache nur sauber, da gibt es nicht viel zu erzählen für dich, junger Mann. Halleluja! 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 Ich bin noch da, bewegt sich noch. Dein Brustkorb geht auf, sodass du besser atmen kannst und dich leichter fühlst in dir in die Jungermann. Gut. Gut. Halleluja. Gut. 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 Halleluja. Dein Kopf ist ruhiger, dein Kopf ist klarer. Du nimmst dein Umfeld jetzt viel mehr wahr, viel klarer wahr. Du fühlst dich ruhiger, entspannter in dir drin. So wie als wenn du jetzt ganz schwer wärst und das ist gut, weil du damit mit Mutter Erde gut verbunden bist. Halleluja. Dein Halschakra ist jetzt offen. So, dass du besser und leichter sprechen kannst und ausdrücken kannst, was du sagen möchtest. Halleluja. 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 Jetzt spür mal rein, wie du dich fühlst, wie du dich atmest, wie du dich leichter fühlst, wie du viel präsenter bist im Leben, deine Eltern wahrnimmst, deine Geschwister wahrnimmst. Halleluja. Frieden mit dir selbst haben. Halleluja. 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 Halleluja.